so was von tot bewegungssensor das passt schon mal geistestuhlstand 25 und zeuge eines events das kriegen wir alles hin ich mache schon mal die kameras nur damit das kam also zählen hier das mojo das mojo ich mache deinen job ich habe mehr mojo ist das mojo nicht für sex und so sondern dann hier das andere ist für was ist das denn mojo weiß ich ja nur von austin powers ja genau bojo ist glaube ich ist glaube ich alles das beinhaltet alles ich müsste meinen mann fragen der ist ja absoluter aus den powers veränder weiß das genau ja ich bin auch aus dem paus wenn ich war ja im kino sogar damals ja ich habe hier eine aus den powers party geschmissen ich war einer von drei im kino also da waren mit mir noch zwei ja wir haben hier als wir zehn jahre zusammen waren haben wir eine aus den powers party geschmissen er war aus den powers und ich war felicity schick und wir waren richtig wir also er sah echt original aus mit perücke und zähne und einem das absolut geil absolut geil ja das hast du mit ja wie immer thermometer und dem f ich habe ein fotoapparat und dann nehme ich ein bewegungsmelder schon mal mit alles klingt komisch ist aber so den haben wir denn jetzt schon jessica heißen ist das schon so mal gucken hauptsache nicht karen ja ich laufe ich laufe hinten rechts und wo hinten links und dann alles kann machen wir so machen wir so machen wir so auf nein also hier bei mir ist nichts tarot karten ich gehe nach oben hier sind die türen schon auf ist an ich habe hier auch 3,2 hier war gerade 3,2 warte mal 2,4 5,3 ja 2,7 4,6 2,3 ja 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 ich packe mal hier in bewegungsmelder hin und dann sehen wir ja ja und habe ich noch ein fotoapparat also ich glaube der scheint erstmal hier zu sein ja das sind fotoapparat ja weil wenn dann hätten wir den ort ja schnell gefunden ja das wäre schon mal gut da kann ich meine sanity nicht sehen ich nehme schon mal dots mit und kamera ach so wären wir noch nicht also zwei komma irgendwas ist ja ganz gut ich nehme auch kamera mit und dots und was soll sagen wir noch mal machen bewegungssensor ja aber der bewegungssensor hat noch nicht ausgeschlagen ich nehme noch mal bewegungssensor mit so alles klar ready ready meine kamera geht nicht warte mal kurz ne falscher knopf ja das ist aber auch hier mit der handhabe alles ein bisschen aber ich finde aber lieber draußen ich finde besser als bei ghost exile die handhabung ja die kamera schon vormontiert und man geht dann sieht das aus als wird man hund in der luft spazieren ja okay ich tue die einmal hier hinten hin so obwohl jetzt habe ich nur noch hohe temperaturen hier ja hier oben nur noch hohe alles 9 11 12 ja hier ist er nicht mehr der ist nicht mehr hier ja da waren in dem raum war jetzt keine temperatur mehr also war es jetzt nicht mehr kühler 11 grad ich habe auf den knochen noch nicht gefunden ist da auch nicht ne hier ist auch nichts gib uns ein zeichen ich will aber keins naja hier ist 9,4 und 10 ok dann müssen wir unten doch nochmal gucken scheiße ich mach erstmal licht an ich mach erstmal licht an 18 ist aus wie du machst an und aus ja ach guck ach guck hier ist auch 18 hier noch ein lichtschalter irgendwo wo ist denn hier der lichtschalter hab ich ein klopfen gehört oh mein gott oh mein gott ja ist aus ich geh licht an machen jo aber ja hier ist 4, irgendwas 2, ist das jetzt weil der jese ja ich hab hier unten 1,8 0,6 0,3 im äh ist es bin 1 доллар 1 1 2 bei 1 genau 4 Bist du noch da? Ja. Ich glaube unten beim Schlafzimmer. Ja, ich stehe jetzt vor der Tür. So, und wir sollten Sanity nehmen. Ja, ich schmeiß mal die Dots hier hin. Oh mein Gott. Ich war gerade oben, Strom an und wollte wieder runter. Und dann mit mal, ich denke, okay, wieder hoch. Aber die war oben in meinem Raum. Ja, die war oben. Also die war unten, ging sie glaube ich los. Ja. Okay, Sanity erstmal nehmen. Zack. Was noch? Ich nehme mal ein Buch mit. Das tue ich da unten rein. Unten Kruzi. Oder nee, ich mache mal Twi-Hard-Priester. Ich nehme direkt Buch und Fingerabdrücke mit. Schmeiß das da hin und dann müssen wir von oben die Kameras holen. Genau. Also, ich glaube die ist im Schlafzimmer, aber in der eine von den kleinen, das sind ja zwei kleine Räume. Ja. In einem von den beiden ist die glaube ich drin. Okay. Oh Mann. So. Aber du hast, was sagt denn die Temperatur? Ja, die in dem kleinen Raum war null Komma hier. Oh mein Gott. Er hat hier Licht ausgemacht. Achso, ich hätte ja auch, hier finde ich keinen Fingerabdruck. Wo ist EMF? Hast du das nicht oben oder so? Vielleicht? Ja, stimmt. Das ist glaube ich oben, ja. So, warte. Ich frage mal eben mit der Box. Bist du hier? Wo bist du? Also nicht, dass sie jetzt wieder den Raum gewechselt hat. So. Also ich sehe das EMF nicht mehr. Aber im Auto ist glaube ich nur eins, ne? Ja, ich habe glaube ich, ach guck und hier ist der Knochen. Die Kamera ist unten. Guck mal hier. Ja, okay. Ich habe ein kleiner Zauberstab von Harry Potter. Oh shit. Was ist los? Achso. Die Kamera fallen lassen. Ich muss nochmal die Dots von draußen holen. Wo am besten? Hier. Ach, das ist ein großer Raum. Okay, machen wir mal so. Zack. Also hier rechts habe ich eine Kamera drin. Oh, da brennt auch das Kreuz. Oh Gott. Das ist nicht gut. Das andere Kreuz brennt auch schon. Das ist gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ja, nee. Gar nicht gar nicht gut. Aber wir hatten keine Gefriertemperatur. Das war alles über, also kein Minus. Ja. So. Bewegungssensor müssen wir noch machen. Ja. Die hängen ja beide oben. Toll. Stimmt. Also. Also. Ähm. Wir haben noch kein Beweis, ne? Nee, nee, nee. Also ich glaube, auf jeden Fall sollten wir die letzten Sanities jetzt auch noch nehmen. Ja, okay. Einfach so. Und, ähm. Eine Kamera liegt unten. Ich nehme jetzt nochmal eine Kamera mit in die Hand. Und. Und den Bewegungsmelder hast du. Oh, nee. Die beiden hängen oben. Die beiden hängen oben. Ja, ja. Ich habe einen Dots mit. Und dann gucken wir mal. Ja, ich laufe nach oben. Mach den Foto. Mhm. So. Achso. Packen wir hier auch einmal Dots rein. Hast du hier die Bewegungsmelder? Achso, ich habe, habe, habe. EMF müssen wir noch machen. EMF. Komm schon. So, ich hole mal eben Geisterbuch. Achso, nee, war ja. Wir müssen jetzt irgendwie ein bisschen Gas geben, ne? Weil die Sanity, die Sanity wird das Problem, glaube ich, bei Albtraum. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Aber typischer Nerd, ne? Kann nur drei Meter laufen, dann ist es vorbei. Wir haben Orb. Sehr schön. Orb ist gut. Oder auch nicht. Ich weiß ja noch nicht, ob das ein Mimic ist oder nicht. Orb würde ich noch weglassen. Ja, ich habe ihn erst mal eingetragen. Also, hier links war der Orb. Der war gerade da einmal kurz zu sehen. Aber in Dots sehen wir nichts. Okay. Ich packe jetzt einmal Geisterbuch noch rein. Aber Bewegungssensor ist er auch noch nicht rein. So, EMF, hast du jetzt in diesem Ding jetzt Bewegungssensoren drin? Ja, ein. Da oben. Achso. Ja, vielleicht ein bisschen weiter packen. Ja, genau. Ein bisschen mehr in die Mitte. Und dann nochmal... Ich habe jetzt EMF bei, ne? Du hast das EMF dabei. Oh, warte, ich komme. Was? Ich höre schon was. Ich mache ein Foto. EMF 2. Okay. So, was habe ich noch? Achso, Fingerabdrücke. Aber Fingerabdrücke sehe ich noch nicht. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Boah, der Kruzifix brennt. Aber wie verrückt. Ist das vielleicht ein Dämon? Ja gut, der kann natürlich hier... Das andere brennt ja auch, ne? Ach, in beiden Zimmern? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber das hier brennt ja nur so eine Ecke. Ich weiß, das könnte aber vielleicht... Wirklich, wenn wir von 5 Meter Radius sprechen... Der hat hier gerade das Licht ausgemacht. Aber einen Fingerabdruck sehe ich nicht. Also... Wo bist du? Ich bin wieder in dem Zimmer hier. Oh, oh, oh. Also... Schreib ins Buch. Geht auch gleich los, glaube ich. Wow. Oh. Nein. Nein. ich war voll am krabbeln voll Gänsehaut die krabbelte auf dem Boden rum oh man Banshee die krabbelte auf dem Boden rum das war voll creepy Alter ich bin in dem Raum das ging ja mit mal los und dann bin ich ja vor ihr weggelaufen immer durch die Küche, durchs Esszimmer, durchs Wohnzimmer durch die Küche, durchs Esszimmer, durchs Wohnzimmer immer durch diese beiden Türen drumherum weil ich vor ihr weglaufen wollte weil sie ja so dicht hinter mir war dass ich gedacht habe, verstecken bringt jetzt auch nichts mehr Wann hat sie dich dann erwischt? Ja direkt instant danach die kam sofort instant zu mir gekrabbelt weil ich hab dich ja gesehen wie du da mit der Taschenlampe wie du deine Kreise gemacht hast und dann als du tot warst du sagtest so oh nein ey dann kam die und ich bat ja alles aus ich hab ja kein Licht gehabt und ich hab da hinten nur auf dem Boden was kurz krabbeln das war so creepy ich hatte sofort Gänsehaut oh eklig ey ekelhaft dann sieht man sie ja wenn sie kurz vor einem ist dann sieht man sie ja auch ich hab die ganze Zeit diese stampfenden Schritte hinter mir gehört direkt hinter mir und dann immer wo du diese Asthma Pause hast ist das zu beschissen aber ich glaube das hat uns das Genick gebrochen dass wir zu lange da drin waren dass sie den Raum gewechselt hat ja das auch und so ein Banshee zieht ja sowieso und wenn du dann noch in diesem scheiß Farmhaus bist ich hab gesagt wir sterben ja hast gesagt hast du gesagt ja hab ich gesagt